Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten, guten, guten Tag. Hat aber nichts mit Magie zu tun, sondern Mathematik. Frau Kuhn, ich habe ein riesiges Problem. Ey, jetzt lass doch mal los. Haben Sie einen Beweis? Wir können mit dir nicht darüber reden, Oskar. Nein, nur daher, aber der Junge ist doch total verwirrt, sehen Sie das nicht? Wir sind diejenigen, die verwirrt sind. Die Eltern haben doch ein Recht darauf zu erfahren, was wirklich passiert ist. Ich kann schon verstehen, dass das alles ein bisschen viel für sie ist. Vielleicht sind sie auch überfordert. Hey! Bespitzelung. Denunziation. Verleugnung. Rufwoll. 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 Untertitelung des ZDF, 2020